Musik 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 Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Thomas Schandl, Geschäftsführer der Winzer Domäne Böttelsdorf und wir bieten hervorragende Rotweine und vor allem haben wir seit kurzem auch einen Veranstaltungsort hier geschaffen. Die heutige Veranstaltung war eine Firmenübergabe von der Dachdeckerei Resch auf Martersburg, wo der Vater an den Sohn die Firma übergibt, gleichzeitig den 60. Geburtstag feiert und das mit 300 Freunden und Bekannten. Musik Ja, ganz besonders ist eben das wunderbare Ambiente dieses Weinkellers, des Weinlagers, die Barriquefässer rundherum und die technische Ausstattung mit Beamer, Leinwand, Bildübertragung, also alles vorhanden, was man braucht für eine gute Veranstaltung. Musik Ich glaube, dass es für eine Veranstaltung gut ist, weil man nicht in einem Raum zusammensitzt mit einem Tischkaterl, sondern man kann sich frei bewegen und kann Leute treffen und gut mit denen plaudern. Es ist großartig. Die Luft hier gerade, die ist angenehm im Keller und ihr habt das perfekt, auch optisch und auch der Präsentation nach. Man hat einen Überblick über alle Weine und sie schmecken auch wirklich sehr gut. Ja, an und für sich ist es schon interessant, dass man mal sieht, was da eigentlich dahinter steckt, die ganze Arbeit dahinter und es ist wirklich wunderschön aufbereitet, die Anlage, das muss man auch dazu sagen, ja. Musik